Und gerade wenn wir offen über Schwierigkeiten reden, das ist oft das Feld für tiefe Begegnungen. Während für das blöde Spiel, jeder ist cool, jeder ist super, da passiert eigentlich das Wesentliche nicht. Und jetzt glaube ich, dass wir so ungeübt sind, uns dem Fluss des Lebens vertrauensvoll hinzugeben. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich willlos und deppert sein muss, sondern dass im Leben Kräfte sind, die auch in mir sind, die eigentlich mich beschützen wollen und alles mobilisieren, dass mir das Leben gelingt. Und jetzt glaube ich, dass in diesem Vertrauen das Potenzial schlummert, glücklich zu sein, furchtlos zu sein und die Schwierigkeiten nicht zu fürchten, denen wir begegnen, wenn wir leben. Keine Schwierigkeiten haben wir nur dann, wenn wir nicht leben. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020